In einer ruhigen Stunde zu Hause nach meinen langen Reisen, wo ich mir sehr gerne immer Artikel und Fotos mitbringe, versuche ich die Fotos und Artikel zu analysieren. Mich interessiert alles, was geschrieben wird über mich, nicht nur das Positive, sondern auch die Kritik. Fanpost ist für mich genauso wichtig. Ich schaue mir viel Fanpost an, denke darüber nach und versuche auch die Meinung anderer zu sehen. Ich finde, man hat mehrere Berufe. Man ist nicht nur Sängerin und muss singen, üben, stundenlang am Tag, sondern man muss auch Fotomodell sein. Man muss gut sein auf jedem Gebiet. Man muss grundsätzlich immer gut ausschauen, auf alles Wert legen, dass mit alles eine runde Sache ist. Und ich glaube, das macht sehr viel den Erfolg aus. Das ist übrigens der Freddy. Freddy, einer meiner Lieblingsfotografen. Er macht immer sehr viel Spaß und versucht, mich aufzubauen.